Draht ist nicht gleich Draht und Rohr ist nicht gleich Rohr. Immer weiter geht die Technologie bei Herstellung und Rohmaterial. Mit klarem Blick auf die Anforderungen der Zukunft. Gaskraftwerke, die etwa mit Wasserstoff Energie erzeugen, brauchen andere Leitungen, meist höherwertige. Um die Zukunft machen sich Qualitätserzeuger also wenig Sorgen. Ein Beispiel sind die modernen Gaskraftwerke, in denen sehr hohe Drücke entstehen. Hier bietet natürlich Stahl und Stahlrohre eine Lösung und da wird der Werkstoff Stahl immer weiterentwickelt, immer weiter verbessert und auch die Herstellung der Stahlrohre weiter verbessert, um hier diesen hohen Drücken standzuhalten. Um Qualität geht es auch hier. Mit einem Vorschub von 10 Metern pro Sekunde prüft diese Apparatur die Oberfläche von Draht. In Echtzeit mit 10.000 Bildern pro Sekunde. So können Fehlproduktionen vermieden werden, Energie wird eingespart. Sie können das im Vorzug einsetzen, damit defektes Vormaterial gar nicht erst ihre Produktion erreicht. Damit sparen sie Zeit. Sie verhindern, dass sie defekte Drähte produzieren, die sie nachher wieder energieintensiv einschmelzen müssen, in den Rohstoffkreislauf zurückführen. Und damit sparen sie natürlich bares Geld. Rohr- und Drahthersteller liefern also die Infrastruktur zur Energiewende. Sei es im Fundament einer Windanlage oder in der elektronischen Steuerung eines Kraftwerks. Und auch bei den großen Überlandleitungen tut's nicht irgendein Kabel. Dauerhaft haltbar und mit wenig Widerstand fließt der Ökostrom in Zukunft immer besser. Und dann weiter.